Du machst ja gar schon einen auf Expresse, nicht so schnell. Ja, sorry, ich habe hier ein wichtiges Paket für Alexa Wellmann. Du musst hier aber auch nicht mehr gekämpft setzen. Ja, sorry, aber probieren wir uns nicht vor. Wow, wirklich auch die Juker. Dafür, dass ich eigentlich keinen Sonderhaushalt habe, meine Damen und Herren. Denn nun wird es elegant, charmant, bleiben wir als nächstes vorgeheben. Ich kündige ihn jetzt nun ganz entspannt an. Hier kommt die M.T.E. Ja, hier kommt die M.T.E. Untertitelung des ZDF, 2020 Du bist ja heute so gekleidet. Also mir ist das irgendwie zu sehr haupten Couture. Ich komme gerade aus dem Shooting aus Shanghai. Das ist zwar Business Casual. Ja, das stimmt. Aber so wie du heute aussuchst, hast du nicht gelaufen. Zeig mir doch mal, wie das geht, plus. Okay. Ja, das stimmt. Das war die MTV mit ihrem großen Auftritt. So, und wenn ihr hier, das war schon ziemlich beeindruckend. Aber keine Zeit, wir wissen weiter, also fahren wir direkt fort mit unserem nächsten Kandidaten. Das ist das Mio Doppelpack mit dem Modell Schicken. Das ist das Mio Doppelpackung. Schnell gelaufen, ihr beide. Sag mal, Chicken, wer hat mit deinen Bewerbungsunterlagen gelebt, dass du nur 0,5 Kilo wiegst? Ja, das ist richtig. Nach meiner Schwangerschaft fühle ich mich auch wieder fehlerleicht. Das könnte daran liegen, dass du jeden Tag mit dem fünften Stock laufen musst. Ganz ehrlich, ich finde, du siehst so aus wie ein gerupptes Hubie. Sag mal, Mr. Outdoor, pass ich auch noch mit rein in deinen Schlagsack? Tut mir leid, Wolfe. Könntest du oben liegen. Danke, ihr beide. Sehr schöner Auftritt, ihr beiden. Sehr harmonisch. Und nun wird es ein, sagen wir, bisschen kompliziert, bei welcher Sex-Toppelmann hat. Viele haben sich schon im Vorfeld gefragt, wie verbinde ich Technik und Schönheit? Wollen wir sehen, ob es hier gelungen ist? Dann bitte einen besonderen Applaus für die Tüftlerinnen unter den Bollens. Hier kommt Lady Giga! Applaus c. Applaus Ich bin aus einem Frisbee-Stick gekommen! Applaus 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 Du hast das richtig toll gemacht und vor allem so schnell! Applaus Applaus Wo? Was für ein Schock. Ach, Gott sei Dank gibt es Menschen, die versuchen, es nicht zurückstecken. Respekt nochmal. Eine schöne Top-Off, bevor zum großen Showdown im Finale von Lakers Next Top-Wall kommt. Hier kommt also nur unsere Travel. Also jedes Mal, wenn ich dich sehe, liegt bei mir. Bei mir ist sie alle auch. Danke. Wobei ich die höchste Welt, die ich kriegen konnte. Matthias, wenn das so ist, kannst du gleich wieder abfliegen. Also ich habe echt Angst ab genug von diesem exotischen Vogtchen. So, liebe Festgenossen. Das waren alle Kandidaten der heutigen Show. Und ich denke, wir können sagen, das war wirklich von allem was dabei. Ach so, ihr werdet sich übrigens auch den Niedel aus der letzten Runde vermissen. Wir konnten ihn nach mehreren Jahren hinbekommen.